Los geht's, Opera-Team. Eine große Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Schatz, hast du Philosophie-Zitate für die ganze Reise eingeplant? So etwa fünf am Tag. Ah, gut. Ich zeig dir was Cooles. Komm zu den Fluchtkapseln. Gut, oder? Okay, ich komme. Prima. Von Lao Tzu, wie? Dachte zuerst an ein kleiner Schritt. Oh, wow. Alte Schule, hm? Was will sie mir denn zeigen? Siehst aufgeregt aus. Du siehst nie aufgeregt aus. Wird bloß nicht frech. Ich war so sparsam wie möglich beim Design dieses Schiffs, doch ein wenig Geld wollte ich dann doch noch ausgeben. Für ein Fenster. Mach mir das nicht kaputt. Sorry. Sieh mal. Ist das der Mars? Hat der Mars Wolken? Weiß es nicht. Aber das kann ja nicht der Mars sein. Das ist so viel Wasser. Das ist die Erde, oder? Dafür tun wir das alles. Oder, Kat? Stimmt, da hast du recht. Sarah und Ryan leben sich wohl in ihrer Kapsel ein. Ich gehe wieder ins Cockpit. Bin gleich da. Aber da war nicht viel Grün auf der Erde. Oder kam das mir nur so vor? Jetzt sind wir wieder in der Vergangenheit. Als kleines Kind noch. Weißt du, wie man das nennt? Kaugummi-Koralle. Nicht wahr? Doch wahr. Sieht überhaupt nicht wie Kaugummi aus. Hm, naja. Also als sie den Namen bekommen hat, vermutlich schon. Wo ist denn der? Wie willst du sie umbenennen? Ähm. Kack-Koralle? Natürlich. Was frage ich auch. Oh. Übrigens, Mom ist auch gern getaucht. Nach Daddys Ausbildung sind wir immer zusammentauchen gegangen. Ausbildung fürs All? Ja, genau dieselbe Ausbildung, die ich dir jetzt gebe. Cool. Ja. Dad, warum ist es unter Wasser so dreckig? Ähm, ja, ich wüsste, dass wir ein Bär und Bär. Unmöglich. Ich werfe nie etwas ins Wasser. Naja, also, ich meine, viele andere Menschen aber schon. Sehr bedauerlich. Ich mach's sauber. Damit das Wasser wieder schön ist. Naja, dafür kommen wir so 50 bis 80 Jahre zu spät, fürchte ich. Okay, wir sind fast da. Guck mal. Willst du uns allen? Was ist los? Hast du's nicht auch gehört? Doch, ich bin im Cockpit und suche nach dem Problem. Kommst du her? Klar. Wo ist denn das Cockpit? Super. Nee. Oh Gott. Schwere Losigkeit. Bin komplett. Komplett lost. Was ist denn? Wo ist denn das Cockpit? Hilft mir doch. Nee. Nee. Ich kenn mich gar nicht mehr aus. Wo ist denn hier? Wo ist denn hier oben und unten? Äh? Das ist doch hier lang. Wir wollen sehen, warum das ACA die Trümmer nicht gesehen hat. Ich muss mir den Schaden erstmal ansehen. Alles einschätzen. Erstatte dann Bericht. Verstanden. Hat es die Düsen erwischt? Wahrscheinlich. Checkst du die Diagnose? Ich mach mich bereit. Warte, warte. Lass mich mal. Sieh mal. Ich brauche da draußen praktische Erfahrung. Von allen möglichen Einsätzen ist dieser doch recht sicher, oder? Also, ich könnte ja mal ganz beiläufig einfach alle meine Bewertungen im Außeneinsatz aufzählen. Nein, das passt schon. Ich denke... Es waren 94. Bei mir 95. Na siehste, du kannst viel besser mit Zahlen. Behalte die Diagnose im Blick. Gut. Sei aber sehr vorsichtig. Wir sind noch im Orbit. Achte auf Trümmer. Verstanden. Geh zur Luftschleuse. Ich leite dich an. Okay, Weltraum-Spaziergang. Keine Sorge. Okay. Verlasse die Schleuse. Und wie? Ach so. Oh. 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 Ja. Wo kommt das denn alles her? Satelliten. Trümmer von der Mission. Sogar Teile von Sarahs Station. Der Piercenraumstation. Als Rolf den Vorfall auf der Mondmission überlebt hat? Mhm. Ach. Ähm. Weil ich Ehre. Komisch, sich deswegen geehrt zu fühlen. Haha. Aber zum Wichtigen. Was siehst du? Haben die Schubdüsen was abbekommen? Hm. In der Schubdüse steckt ein großes Trümmer-Teil. Vielleicht von der Raumstation? Okay. Ist die Hülle am Fuß der Schubdüse beschädigt? Sah schon besser aus. Hält aber noch. Gut. Was ist mit den Rohren um die Düse? Was mit den Rohren? Hat's noch grad, oder? Äh. Ach hier. Ziemlich verwogen. Okay. Die müssen weg, wenn die Düse halbwegs normal arbeiten soll. Hat die Düse noch Strom? Hm. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hat sie. Schalte die Stromzufuhr ab, bevor du etwas anfasst. Da ist ein großer Knopf. Drück ihn einfach und dann los. Okay. Und achte auf die Brennstoffkanister. Wenn du einen davon erwischst, pass einfach auf. Wie sehen die aus? Die großen gelben. Siehst du? Hm. Ich seh sie. Keine Sorge, ich passe auf. Wie ein Luchs. Wie ein Luchs. Okay. Schalt den Strom ab und entferne die Trümmer. Ein großer Knopf. Hey, erinnerst du dich an die versunkene Station in der Wucht hinterm Haus? Ja. Warum? Ich musste nur eben dran denken. Hat er dich früher mit zum Schwimmen genommen? Hat er, aber ich war schon älter. Wie meinst du es? Ich... vergesse es. Sag mal, warte zu Hause. Jemand auf dich? Warte was? Oder sogar auf dem Schiff. Was? Ryan! Oder Sarah, mir gleich. Natürlich nicht. Immerhin sind sie verheiratet. Man kann trotzdem Gefühle für jemanden haben. Ich weiß ja nicht bei allem, was gerade vor sich geht. Reden wir eigentlich nie über sowas. Denkst du nie an Liebe oder so? Du denn? Du, Shay. Bin schon still. Ich habe dich. Ich sehe das. Nein. Die Steuerung hier ist ein bisschen tricky. Ich muss das, während du hier arbeitest, immer austarieren. Sonst fliegt sie davon. Dann muss sie runter gehen. Das von unten machen. Oder? Ja, sieht gut aus. Gehen wir mal da rein. Würdigung, ich rede gerade nicht viel. Ich bin hochkonzentriert. Okay, das hätten wir. Ich will nur noch das Teil. Wie kommt man da am besten ran? Von der anderen Seite, oder? Ich sehe nichts. Alles klar. Fertig. Okay, gut gemacht. Schalt den Strom wieder an. Ich mache einen Check. Innen ran. Das ist mein erster Weltraumspazierengang. Spazierengang. Okay. 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 Ähm, ähm, ähm. Okay, das geht nicht so, wie ich es mir dachte. Ah. Also den, 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 den und den. Und jetzt den. Strom wieder an. Diagnose läuft. Alles im Lot? Okay. Gut gemacht, Cap. Geh wieder rein. Vorsichtig. Ja. Ja, klar. Das war doch erfolgreich. Runter mit dir. Okay, ich fleische den Druck aus. Auf geht's. Erlaubnis erteilt zum Verlassen der Schleusse. Wir haben hier Zeitsprünge. Hier lässt sich zum Beispiel wieder ganz anders stören als gerade im Weltraum. Hier wurden wirklich noch Li-900er verbaut. Das Ding ist wirklich uralt. Ach, ähm, jedenfalls wirst du das Leben auf dem Mond geben, Schatz. Wirklich? Auf jeden Fall. Man kann jederzeit in der geringen Schwerkraft spielen. Und es gibt keine Schule. Cool. Also, du bekommst natürlich auch dort eine Art Unterricht. Warte. Diese Einheit hatte noch Drucktüren? Wie alt ist sie denn? Ey, Vater, komm mal aus den Puschen hier. Kann mich nie so lange in Erinnerung aufhalten. Wenn der alte nichts sagt, dann schauen wir selber kein Licht. Aber ziemlich groß, das Ganze. Die Erfällen eingeschlagen. Ein Cockpit! Tut so, als wärst du Astronaut. Okay. Wie tut man so? Oh, fuck. Ähm, Dad? Dad? Was ist los? Ich weiß nicht, Hilfe! Wo bist du? Oh, und wer? Wo bist du? Dad, bitte hilf mir! Kathy, warte! Ich hab Angst! Ich bin da, Mondwehr. Ich werde dich da rausholen. Dad! Kathy! 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 Oh, Gottes Willen, was ist denn da passiert? Äh, wo geht's hin? Sarah, warum nicht? Sag ihr nichts, warum nicht? Wenn sie erfährt, woher das kommt, liegt sie mir damit ewig in den Ohren. Warum? Es ist immer noch eine coole Serie. Oh ja, aber... Die ist ober alt, Kathy wird einen Heidenspaß haben, mich alt zu nennen. Baby, wir sind alt. Ich bin nicht alt. Haha, na klar. Im Zadi. Swingers. Smiley. Ja, weisschen. Let's go, jetzt können wir auf die große Reise gehen. Wir sind schon da, das ging aber fix jetzt. Was jetzt? Was war das? Selbe Schubdüse. Wie schlimm ist das? Sehr, Claire. Eine kaputte Düse bringt uns vom Kurs ab. Ich zieh mich um. Ich mach das. Hab keinen Topo mehr. Nein, viel zu gefährlich. Claire, wir müssen uns beeilen. Ich gehe. Bitte, sei vorsichtig. Ich begleite dich aus dem Cockpit. Verstanden. Schon wieder. Selbe Schubdüse. Was hat sie denn jetzt? Na gut, die hat ein bisschen was abgekriegt. Kommt schon. Oha, ist ja komplett hin. Ich glaube nicht, dass wir die Düse retten können. Sie ist schwer beschädigt. Sag die Diagnose auch. Du musst sie rausschneiden. Bist du sicher? In diesem Zustand ist sie eine Gefahr für das Schiff. Verstanden. Schalte erst den Strom ab. Müssen wir wieder den Strom abschalten. Ja, das geht von hier aus nicht. Okay. Du musst das Stromkabel der Düse durchtrennen. Siehst du sofort. Wo ist denn das? Ähm. Das Problem ist, hier sind überall die Dinger, vor denen sie mich gewarnt hat. Hä? Ähm. Ich habe gerade die Orientierung verloren. Warum? Wo ist denn das Stromkabel? Was ist denn da? Ähm. Da kommt man ja gar nichts ran. Äh, will ich denn da ankommen? Da steht schneiden, aber was? Oh, 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 ich bin gestorben. Ja, was soll ich denn durchschneiden da? Ich glaube nicht, dass wir die Düse retten können. Sie ist schwer beschädigt. Sagt die Diagnose auch. Du musst sie rausschneiden. Bist du sicher? In diesem Zustand ist sie eine Gefahr für das Schiff. Verstanden. Schalte erst den Strom ab. Ne, das geht von hier aus nicht. Okay. Du musst das Stromkabel der Düse durchtrennen. Siehst du sofort. Siehst du sofort? Wirst du mich verarschen? Wo ist das Stromkabel? Um. 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 Keine Ahnung. Ein Hinweis wäre geil, wäre echt geil hier. Leute, ich habe das mal rausgeschnitten, bis ich das hatte hier. Geschafft. Strom ist aus. Jetzt kommt das Komplizierte. Du musst die Düse entfernen. Langsam, vorsichtig. Verstanden. Wie? Ach so. Oh, fuck. Ich habe einen Düsenkanister erwischt und er hat mich zurückgeworfen. Alles in Ordnung. Ich kümmere mich jetzt um den Rest. Ich hätte gehen sollen. Mir geht's gut. Ja, mach doch weiter. Warum sehe ich denn nichts? Wie viel denn noch? Ah, okay. Das ist die Dinge. Yes. Was? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020